Eine Stimme aus der Wüste, Johannes der Täufer. Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Johannes als Zeuge ist heute das Thema. Ich hoffe, ich habe dich unterwegs nicht verloren. Die letzte Folge war ein bisschen härter. Gerade das Urteil, dass Johannes über unseren Herzenszustand fällt, ist nicht so einfach zu ertragen. Und ich habe die Reihe jetzt öfter schon durchpredigen können, hier auch in der Klostermühle, in unseren Sommerfreizeiten. Und habe da auch immer wieder das Feedback gekriegt. Gerade die letzte Einheit, die war hart. Und ein Gast hat das sehr prägnant gesagt. Ich komme hier zum Urlaub machen. Und du ziehst mir eine Bratpfanne über den Kopf. Aber ich hoffe, dass ihr dahinter, wenn ihr euch gerade herausgefordert fühlt, von der letzten Folge, auch den Zug ans Herz Gottes merkt. Und dass das in Liebe geschieht. Und ja, wir müssen aufräumen. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht nicht um weniger. Und diese Ernsthaftigkeit unserer Nachfolge, dass wir Reue auch zeigen, dass wir Buße tun, umkehren, die ist hier gefragt. Und ich hoffe, dass sie dich und mich immer wieder auch auf den richtigen Weg führt, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht immer nur ein Schlaraffenland oder ein Ponyhof, sondern es darf uns auch und soll uns auch etwas kosten. Genau. Also ich hoffe, du kannst das in dem Sinne auch einordnen und weißt darum, dass Gott auch uns erziehen darf und auch immer wieder muss, weil wir immer noch auf dem Weg sind, im Prozess sind, ihm ähnlicher zu werden. Weißt du, wer du bist? Kannst du dich realistisch selbst einschätzen? Kannst du auch Nein sagen zu Dingen, die nicht zu dir passen? Ich glaube, wir wollen so vieles sein. So vieles, was wir eigentlich nicht sind. Überforderung, Frust, Enttäuschung, das sind oft die Folge. Und ein Nein zu unseren gottgegebenen Grenzen, unsere Grenzen anzunehmen, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema heute. Die vielen Burnouts in unserer Gesellschaft, die sprechen Wende davon. Und deswegen ist die Frage umso wichtiger, wer bist du eigentlich? Und ich glaube gerade Johannes Scham, seine Stärke und auch seine Anziehungskraft, die lag darin, dass er gerade wusste, wer er war. Und seine Antworten können auch uns wiederum helfen, eigene Antworten zu finden auf diese Frage. Und das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, dass Johannes uns so sagt, wer er ist in diesem heutigen Text. Und das tut er, indem er die ganze Zeit davon spricht, wer er nicht ist. Ich bin nicht der, den ihr gerne hättet. Ich bin auch nicht der, von dem ihr denkt, dass ich es bin. Ich bin nicht, der ich bin. Ihr werdet in Kürze verstehen, was ich hier meine. Wir kommen heute zum Johannes-Evangium, zum ersten Kapitel. Und das ganze erste Kapitel, das kann man mit dem Wort Zeuge eigentlich zusammenfassen. Viermal kommt hier das Verb Zeugen vor, Verse 7, 15, 32 und 34. Und zweimal auch das Substantiv Zeugnis, in Vers 6 und Vers 19. Doch Zeuge zu sein, Zeugnis abzulegen, ist nicht nur der rote Faden dieses Kapitels. Es ist vor allem auch das, was Johannes den Täufer ausmacht. Er ist nämlich Zeuge. Er verweist auf etwas, auf jemand anderen. Mit seinen Worten, aber auch dann mit seinen Taten. Nicht der Zeuge steht im Mittelpunkt, sondern derjenige, auf den der Zeuge verweist. Und wir können uns dieses vorstellen, dass die Kameraführung in diesem Evangelium von Johannes jetzt erstmal auf Johannes den Täufer schwenkt. Aber nur für einen Moment. Dann geht der Spotlight nämlich weiter. Der Scheinwerferlicht, der Zeigefinger des Johannes zeigt nämlich auf jemand anderen, nämlich auf Jesus. Und das wird direkt am Anfang hier deutlich. Johannes 1, 6 bis 8. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Jesus, nicht Johannes, ist das Licht. Wir lernen hier, Johannes ist von Gott gesandt. Mit welchem Zweck? Er soll Zeuge sein. Zeuge des Lichts. Zeuge für Jesus. Gesandt, um Zeuge zu sein. Das ist seine Mission hier. Und wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle nicht lange überlegen, das gilt auch für uns Nachfolger von Jesus. Wir sind beauftragt, Zeuge zu sein für Jesus. Seine Sendung wird zu unserer. Das Zeugnis der Zeuge, dieses Wort, Wort fällt, das stammt ja gerade aus dem Gerichtskontext und im Neuen Testament ist es sehr weit verbreitet. Es ist sogar eines der zentralen Themen des Johannes-Evangeliums. Jesaja benutzt es dann auch im Zusammenhang sogar mit der Endzeit. Das befreite Volk Gottes wird über Gott vor den Nationen im Gericht Zeugnis ablegen. Jesaja 43, 10 zum Beispiel. Und wir tragen auf Johannes und auf uns bedeutet das, es geht also darum, Zeugnis abzulegen über Jesus, der vor dem Gericht rettet. Und das sollen wir in der Welt, vor der Welt tun, diesen Jesus bezeugen. Und Johannes tut es, indem er deutlich macht, er ist nicht das Licht, er ist nicht das Licht der Welt, es ist Jesus, aber er war ein Licht. Und Jesus selbst spricht Johannes eine Leuchtfunktion zu, nämlich in Johannes 5, 35. Und ausgehend hier von Psalm 32, 17 kommt hier Johannes eine dienende Funktion zu. Er soll Licht auf Jesus werfen. Jesus soll groß gemacht werden. Johannes soll den Menschen helfen, Jesus als Retter der Welt, als das Licht der Welt zu erkennen. Also Johannes war kein Licht unter dem Scheffel. Er war genauso Licht, wie es Jesus, denke ich, auch über uns sagte in Matthäus 5, 15, dass wir das Licht der Welt sein sollen, weil das Licht der Welt eher in uns lebt. Wir sollen Licht sein für die Welt um uns herum. Wir sind das Licht des Reich Gottes. Wir sollen durch unsere guten Werke dieses Licht den Menschen zeigen mit dem Resultat, mit dem Ziel, dass der Vater im Himmel dadurch fährt und gepriesen wird. Das sehen wir in Matthäus 5, 16. Und durch Johannes können wir jetzt sehen, wie auch wir Jesu Leuchtkraft durch uns scheinen lassen können. Es geht zunächst darum zu wissen, nämlich wer das Licht ist. Und das Zeugnis von Johannes hat ein Ziel, damit alle durch den Glaubten, heißt es hier. Der Glaube an Jesus ist also das Ziel unseres Zeugnisses. Dass Menschen durch unsere Worte und Tate an den Glauben zu Jesus kommen, als ihren Erretter. Und das war im Leben des Johannes wichtig, das war aber auch im Leben eines Paulus wichtig. Und das gesamte Neue, das damit bezeugt ist. Und darum schreibt zum Beispiel der Evangelist Johannes, der das dann im Evangelium hier uns präsentiert, mit diesem einzigen Ziel. Johannes 20, 31 klärt er uns auf am Ende. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wen oder was bezeugen wir mit unserem Leben? Ich glaube, wir zeugen, bezeugen immer irgendetwas. Die Frage ist nur wen. Ist mir das bewusst? Wenn ich nicht Jesus bezeuge, wen denn dann? Bin ich jemand, der auf Jesus verweist? Oder mache ich mich selbst groß? Wessen Reich baue ich eigentlich? Gottes oder meines? Wer dient wem? Diene ich Gott oder muss Gott mir am Ende dienen? Johannes weiß an dieser Stelle, wer er nicht ist. Er ist nicht das Licht, jemand anderes ist es. Er ist ein Licht unter vielen. Und sein Job besteht darin, von diesem einen wahren Licht zu zeugen. Er bezeugt das Licht. Und er, er ist es nicht. Jesus wird hier auch als der Ewige uns vorgestellt. Und Johannes soll ihn bezeugen. Johannes 1, 15 Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Also er zeugt, er bezeugt bis heute. Johannes steht genau dafür bis heute ein. Er legt Zeugnis darüber, wer Jesus ist. Und daher steht das erste Verb auch hier in der Gegenwart. Nicht ohne Grund starten alle vier Evangelisten mit dem Johannes, dem Täufer. Denn er verweist auf den kommenden und der kommende hatten wir schon öfters jetzt uns angeschaut, ist eigentlich ein messianischer Titel vom Alten Testament her. Denn der, der nach ihm kommt, wird nicht nur größer sein als er, er ist auch schon vor ihm geworden, heißt es. E Johannes war, war Jesus da. Und wir erinnern uns, Johannes ist eindeutig vor Jesus geboren worden, Lukas 1, müssen wir uns das nochmal anschauen. Und normalerweise kommt er gerade dem Älteren eine größere Ehre als dem Jüngeren zu. Im Alten Testament, in der Antike war das so üblich. Doch Johannes dreht es hier gerade auf den Kopf. Jesus kommt als dem Ersten mehr Ehre zu. Und Johannes bezeugt Jesus hier als den Ewigen, der Mensch geworden ist. Und damit sind wir zurück auf den so bekannten Prolog verwiesen hier. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und im Vers 14 erfahren wir dann auch noch, dass Jesus dieses Wort selber ist. Also Jesus war schon immer und wird auch immer sein. Jesus ist Gott. Das soll uns hier der Prolog des ersten Kapitels deutlich machen. Jesus ist Gottes Sohn, was der Täufer selbst auch in 1,34 bezeugt. Johannes verweist auch dann in 1,30 auf Jesus, auf den diese Worte ja dann zutreffen. Doch dazu noch später mehr. Ab Vers 19 geht es jetzt darum, worin nun das Zeugnis von Johannes besteht. Hier ist es so, hier kommt eine Delegation aus Priestern und Leviten zu ihm und sie wurden geschickt, um ihn zu befragen. Also so eine Art Verhör können wir uns das vorstellen. Und hier verwundert es dann nicht, warum es auch immer wieder um das Zeugnis geht, wenn es so eine Art Verhör hier ist an dieser Stelle. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wer bist du eigentlich, Johannes? Johannes muss zu diesem Zeitpunkt bereits eine recht große Nummer gewesen sein, sonst hätte hier diese Delegation gar nicht losgeschickt werden müssen. Also Menschen scharen sich um ihn, können wir sagen. Er ist bekannt geworden, er ist auch sehr markant, auch noch im Aussehen, er regt Aufsehen und das Scheinwerferlicht kommt jetzt auf ihn. Und was macht er jetzt damit? Wie geht er damit um, mit dieser Aufmerksamkeit? Und ich glaube, die Versuche muss groß gewesen sein, in diesem Moment, sich selbst groß zu machen, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen und zu denken, hey, jetzt komme ich groß raus, das ist meine Chance, jetzt kann ich mein Ego schmücken, jetzt kann ich meine eigene Rolle, meine Berufung hervorheben. Und ich glaube, Johannes hätte ja einen Grund dafür gehabt, sich zu wichtig zu nehmen oder wichtiger zu nehmen, als er es hier tat. Aber Johannes bleibt hier seinem Auftrag treu als Zeuge. Wer bist du? Ja, wer bist du eigentlich, ist hier immer noch die Frage. Und mehrere Möglichkeiten machen hier die Runde. Wer ist dieser Johannes eigentlich? Was ist sein Anspruch? Wie versteht er sich selbst? Was können wir noch von ihm erwarten? Wie können wir ihn abchecken und einordnen? Und hier lesen wir jetzt Johannes 1, 20 bis 23. Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme, eines Rufenden in der Wüste. Mach gerade den Weg des Herrn, wie Isaiah, der Prophet, gesagt hat. Diese Gruppe fängt also oben an. Sie fragt ihn, bist du der Messias? Bist du der, auf den wir schon so lange warten, auf den wir unsere Hoffnung setzen? Und Johannes sagt hier, nein. Er bekennt und leugnet nicht. Ich bin es nicht. Es geht weiter. Bist du Elia? Und man erwartet nämlich damals, dass der Elia vor dem Messias nochmal kommen würde. Aus Malachi 3, 23 ist das ersichtlich, dass Elia der Vorläufer des Messias ist. Und Johannes sagt hier, nein. Und das überrascht etwas an dieser Stelle. Denn Jesus sieht in Johannes ja gerade diesen wiederkommenden Elia, Matthäus 11, 14. Und was machen wir jetzt mit dieser Spannung? Johannes scheut sich wohl vor Beendigung seines Auftrags, sich als zweiter Elia zu bezeichnen. Und vielleicht widersprach er auch der Anfrage, Elia zu sein, da seine Hörer ja gerade den historischen Elia erwarteten. Laut Engel tritt er ja im Geist und in der Kraft des Elias auf, also in dessen Rolle und Auftrag, Lukas 1, 17. Man beobachtet auch zudem, dass Johannes nie selbst in den Evangelien diese Verbindung zu Elia herstellt. Also es wird immer von außen an ihn herangetragen. Und damit komme ich eher zu der Vermutung, dass es hier seine Demut gerade ist, die ihn zu dieser Aussage führt. Also dass er in seinen Augen eine viel zu geringe Bedeutung hat, gerade im Vergleich zu Jesus. Und wahrscheinlich bezeichnet sich Johannes gerade deswegen sehr bescheiden als diese Stimme in der Wüste. Und Jesus spricht ihm gerade dann, als sein Auftrag zu Ende war, vollendet worden ist. Diese Rolle als Elia nochmal klar zu in Matthäus 11, 14. Es ist spannend, beim Passerfest lassen die Juden bis heute einen Stuhl frei. Und dieser Stuhl ist für Elia reserviert, der vor dem Messias ja zurückkommen soll. Und dann bezeugen die Juden, sowohl Elia als auch mit der Messias sind noch nicht gekommen. Wir Christen bezeugen ja gerade dagegen, dass Johannes Elia war und somit eindeutig Jesus als Messias zu identifizieren ist. Und zu guter Letzt fragt jetzt hier diese Delegation, bist du der Prophet? Es geht ja nicht um irgendeinen Propheten, das glauben ja wirklich viele, dass Johannes ein Prophet war. Doch hier geht es um einen ganz bestimmten Propheten, nämlich aus dem Propheten, der aus 5. Mose 18, 15 stammt. Dort wird nämlich ein zweiter Mose angekündigt, der so eine Art Vorläufer des Messias oder sogar der selbst der Messias sein soll. Also Johannes, bist du der Prophet? Nein, ich bin es nicht. Und Johannes sagt uns, wer er ist, indem er uns sagt, wer er nicht ist. Nicht der Messias, nicht Elia, nicht dieser eine Prophet. Ja, wer bist du? Ich bin jemand, der vieles nicht ist. Johannes kann hier zu falschen Erwartungen und Zuschreibungen Nein sagen und das finde ich bemerkenswert. Er sagte, ihr habt euch in mir getäuscht. Ihr habt ein falsches Bild von mir, der bin ich nicht. Ich bin so. Und Michael Herbst sagt er so schön hier über Johannes in einem seiner Predigten. Ich zitiere, ich bin einer, der das alles nicht ist. Nicht sein darf und auch nicht sein muss. Wir können heute sagen, ich bin nicht Jesus. Ich bin nicht Jesus. Kann es nicht sein. Darf es nicht sein. Muss es nicht sein. Und soll es nicht sein. Ich bin nur Zeuge, sagt Johannes. Ich bin eine kleine Nummer, ein kleines Licht. Jemand anderes ist das große Licht der Welt. Ich bin zu klein, zu gering, diesemjenigen, die Sandalen zu lösen. Ich bin zu gering, ihm als Sklave zu dienen, meint das. Bescheiden und demütig weiß Johannes, wer er ist. Und er ist so bescheiden, er kann so demütig sein. Warum? Weil er sich hier mit Jesus vergleicht, sich selbst im Lichte Jesus sieht. Und durch Jesus sieht er, wer er ist. Und wer er eben nicht ist. Er ist nicht der Christus. Er bleibt seiner Berufung treu. Er ist Zeuge, von Gott gesandt. Im Licht Jesu erkennen wir immer mehr, wer wir wirklich sind. Wie uns Gott gemeint hat, aber eben nur in seinem Licht. Steigt die Jesuserkenntnis, nimmt auch unsere Selbsterkenntnis zu. Und die Beziehung zu Gott verhilft uns, immer mehr die Person gerade zu werden, der Gott in uns sieht. Also Jesus bringt gerade meine Persönlichkeit und meinen Charakter zum Aufblühen. Es ist falsch hier zu meinen, dass ich meine Persönlichkeit in der Nachfolge Jesu immer mehr verlieren würde, durch dieses tägliche Kreuz auf sich zu nehmen. Mein Ich verblasst nicht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Jesu Wesen färbt gerade auf mich ab. Und dabei entfaltet sich gerade alles, was Gott in uns hineingelegt hat, am besten. So zu werden wie Jesus, das ist ja das Ziel. Stimmel jetzt sagt dazu, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Johannes macht sich hier so klein, dass diese Gruppe von Delegierten hier am Ende fragt, hey, wer bist du denn dann? Wenn du von so geringer Bedeutung bist und solch einen großen Einfluss hast, was sagst du denn dann von dir selbst? Ich bin wie Isaiah, sagt eine Stimme in der Wüste. Jemand, der den Weg für den Herrn vorbereitet. Ich bin ein Rufer, ein Sprachrohr Gottes, ein Lautsprecher, ein Megafon für den Herrn und ich verkünde, ich verkünde, die Ankunft des Herrn kehrt um. Macht euch bereit für den König. Er beginnt hier, diese messianische Heilszeit zu verkünden, von der die Propheten die ganze Zeit gesprochen haben. Um dieses Wort zu erfüllen, tue ich meinen Dienst, sagt Johannes in der Wüste. Schaut auf den, der nach mir kommt. Er ist bereits mitten unter uns. Seht ihn, erkennt ihr ihn. Johannes sagt, ich bin nicht der Christus. Seine Botschaft an dich ist somit, du bist es auch nicht. Du bist nicht Jesus. Du kannst es auch nicht sein und das Gute daran ist, du musst es auch nicht sein und sollst es auch nicht. Und vielleicht sagst du jetzt, Fabi, das habe ich auch gar nicht behauptet zu sein, Jesus. Was sind wir uns da so sicher? Nehmen wir uns nicht auch immer wieder zu wichtig, überfrachten, überfordern wir uns nicht ständig und halten uns am Ende für den letzten Zuständigen in der Nahrungskette. Das Universum dreht sich doch viel zu häufig immer nur um mich. Und Johannes weiß, dass diese eine entscheidende, befreiende Botschaft so lautet. Er ist nicht Jesus und ich füge hinzu, du bist es auch nicht. Ich bin nicht der Christus und das können wir auf zwei verschiedenen Ohrenkanälen hören, nämlich auf der Seite der Kritik oder auf der Seite der Erleichterung. Lasse ich Jesus mein Erlöser im Leben sein oder muss ich mich ständig selbst retten? Habe ich ein Messias-Komplex? Fühle ich mich für jeden, für Gott und die Welt verantwortlich? Muss ich immer jeden und alle retten, alles ungerade hinbiegen und falle immer tiefer in den niemals endenden Teufelskreis des Perfektionismus? treibe ich mich so sehr an, dass ich zu lange, zu oft nicht nur über meine körperlichen sondern auch über meine seelischen und emotionalen Kapazitäten hinausschieße? Als Pastor kenne ich das noch recht gut. Als Hirte trägt man ja für seine Herde, für seine Gemeinde Mitglieder Verantwortung. Doch man vergesst so schnell, dass man auch noch immer selbst scharf ist, dass man selbst einen Oberjärten hat, dass es nicht seine eigene Gemeinde ist. Hey, es ist nicht meine Gemeinde, sie gehört mir nicht, es ist Jesu Gemeinde und er kümmert sich am Ende darum. Ich bin nicht Jesus, ich bin nicht er, ich kann es nicht, muss es nicht und darf es nicht sein. Nicht auf meinen Schultern lasst du die Verantwortung der Gemeinde oder der Welt. Das zu verwechseln, das geht so schnell und so leicht, ist aber so gefährlich. Ich darf Fehler machen, ja, ich darf Sünder sein. Auch übrigens in der Gemeinde, wir dürfen Fehler machen. gestehen wir einander zu, Sünder zu sein. Ich glaube, Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir vergeben und umkehren. Ich muss nicht vollkommen sein, um in eine Gemeinde zu gehen. Auch meine guten Taten retten mich nicht, Gott sei Dank, aber Jesus rettet uns. Jesus rettet uns und wir sind nicht Jesus. Einer meiner ehemaligen Dozenten, der hat von seiner Frau einen Satz auf den Schreiblich gestellt bekommen und der lautet wie folgt, ich bin nicht der Christus. Jemand anderes ist es. Ich komme immer wieder an meine Grenzen, an denen ich loslassen muss. Ich darf das sogar und ich kann es, weil ich weiß, ich bin nicht Jesus. Ich darf Jesus vertrauen. Daran dürfen wir uns von Johannes hier erinnern lassen. Es dreht sich eben nicht immer alles um mich. Im Reich Gottes geht es nicht um mich. Wer Jesus nachfolgt, der macht ja gerade die Herzensmitte frei für Jesus. Jesus darf zeigen, wo es lang geht. Er ist der Kapitän. Ich bin nur ein Matrose. Ich bin sein Schüler. Er ist der Mittelpunkt. Er ist der Lehrer. Ja, wir dürfen Jesus helfen, ihn unterstützen und mitwirken. Er ist das Licht. Wir dürfen auch ein Licht sein. Ich bin aber nicht Jesus für andere. Was sind wir? Wir sind Zeugen. Wir sind Vorboten. Und genau das ist genug. Das reicht. Für mehr wurden wir nicht berufen. Und jetzt weißt du, was dein Job nicht ist. Nicht ich rette die Welt, die Gemeinde, meine Familie, meine Freunde. Nur Jesus kann retten. Und wir merken, wie wir freien, dass auch auf unser eigenes Herz wirken hier kann. Und wenn ich mit Menschen über mein Zeugnis rede, über Jesus rede, geht es ja eigentlich auch nicht um mich. Ist diese Wahrheit in meinem Herzen angekommen, dann kann ich viel freier, mutiger über Jesus' Zeugnis ablegen. Und viel zu oft trauen wir uns ja nicht über Jesus zu reden, weil wir zutiefst immer noch glauben, es würde sich alles immer noch um uns drehen. Selbst vom Zeugnis geben. Was denken denn die Leute dann über mich? Wenn ich mich balmiere, mich lächerlich mache, stottere, wie ich auch immer wieder oder hier den Faden verliere. Das sind alles gedankliche Ausreden, die offenbaren, um was es mir eigentlich immer noch geht. Selbst bei diesem frommen Zeugnis geht es immer noch nur um mich. Aber eigentlich, Leute, soll es doch um Jesus gehen. Er trägt doch dafür Sorge. Er kümmert sich darum. Er wirkt doch. Es soll um ihn gehen und nicht um unser Ansehen. Wir sollen bezeugen, wer Jesus ist. Das lass deinem Herzen gesagt sein. Du bist nicht der Christus. Jesus ist es und diesen Jesus brauchst du. Johannes zeigt uns hier die Art und Weise, wie wir mit einem guten Maß leben können, nämlich als Zeugen, nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht erwächst ist jetzt genau da heraus auch sein Selbstbewusstsein. Und vielleicht kann das auch uns inspirieren, denn bei mir selbst habe ich zumindest immer wieder gemerkt, dass mein Selbstbewusstsein auch mit meinem Jesusvertrauen irgendwie in Beziehung steht, zusammenhängt. Wenn mein Vertrauen auf Jesus groß ist, dann dreht dich in der Regel eher selbstbewusst auf. Ist mein Vertrauen eher im Keller, dann bin ich viel unsicherer, viel zaghafter und viel ängstlicher als sonst. Peter Reed, der Gesamtleiter der Fackelträger, der hat in seiner eigenen Bibelschule damals folgenden Satz gehört. Das christliche Leben ist nicht schwer. Es ist unmöglich. Ein Leben in der Nachfolge Jesu ist ein Leben, das ich selbst nicht leben kann. Jesus lebt in mir. Er setzt sein Leben in meinem fort. Und jetzt kommt Galater 2,20 hier. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Johannes bezeugt Jesus. Jesus als Licht der Welt. Das hatten wir ja jetzt schon. Wer Jesus für Johannes ist, das lässt auch uns helfen, Jesus zu bezeugen. Was macht jetzt sein Zeugnis überhaupt aus? In erster Linie ist sein Zeugnis ein Tatsachenzeugnis. Also er bezeugt die Wahrheit. Es geht ihm um die Wahrheit. Johannes ist Zeuge der Wahrheit, heißt es auch. Und weil Jesus die Wahrheit ist, bezeugt er ihn. Die Wahrheit ist eine Person. Und jetzt wollen wir uns noch drei andere Aspekte anschauen, als wen Johannes Jesus bezeugt. Und das finden wir alles in Johannes 1,29 bis 34. Um diese drei Streiflichter soll es uns jetzt noch gehen. Und das nächste ist Jesus als Lamm Gottes. Da heißt es in Johannes 1,29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes der Täufer weist in seinem Bekenntnis über Jesus hier bereits auf das Ende von Jesus hin. Man kann das auch als prophetischen Akt schon sehen, einen Hinweis auf die Passion Jesu, auf die Art und Weise, wie Jesus sterben wird. Er wird geopfert, geht in den Tod für die Sünden der Welt. In Richtung Ende des Evangeliums wird es auch noch deutlicher werden, was der Tod Jesu dann auch bedeuten wird. Doch zunächst, was hat es denn jetzt hier auf sich mit dem Lamm Gottes und hier ist zunächst an das Passalam zu denken aus 2. Mose 12,3. Da ist es so, dass ein fehlerloses Passalam das Volk Gottes vor dem Gericht bewahrt, das alle Erstgeburt in Ägypten dann betraf und dieses jährliche Fest, was dadurch dann entsteht, erinnert an diese Rettungsaktion aus dem Alten Testament. Und mit der Befreiung aus der Knechtschaft der Ägypter, das ist hier die Kernbotschaft, dass die Befreiung aus Ägypten aus dieser Knechtschaft jährlich bedacht und gefeiert wird. Und wir sollen jetzt also das, was Jesus tun wird, im Lichte dieser Geschichte des Exodus verstehen. So wie Gott seine Kinder Israels aus Ägypten befreit hat, so befreit Gott nun sein Volk durch Jesus von einer viel größeren, dunkleren Sklaverei, nämlich der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Das Lamm wird die Sünden der ganzen Welt auf sich nehmen. Sprich nicht nur die Sünden Israels, sondern aller Menschen. Für Juden und Heiden ist Jesus beide gleichzeitig gestorben. Der Jesu Rettungstag geht hier über Israel hinaus und so wird die ganze Schöpfung mit hineingenommen. Jesus stirbt für die ganze Welt, aber es ist eine ganz andere Frage, ob auch alle Welt es annimmt. Also Jesus möchte hier von uns, so will Johannes uns das auf dem Weg mitgeben, Jesus als wahres Passanlamm verstehen. Denn er starb ja gerade zu einem Zeitpunkt aus dem Tempel, die Passanlammler geschlachtet wurden. Und das wird ebenfalls in Hand des Abendmeistern auch deutlich, was ja das Setting von einem Passanmal gewesen ist. Und hier deutet Jesus seinen Tod, er deutet ihn vor uns und er sagt ihn voraus. Jesus sagt zum Beispiel, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden sein. Und wenn er das sagt, er meint damit, dass sein stellvertretender Opfertod am Kreuz einen neuen Bund schaffen wird zwischen Gott und uns. Eine neue Beziehung, die durch Jesu Blut besiegelt ist, möglich wird. Und das Spannende jetzt an unseren Evangelien ist, Jesus segnet das Brot und den Wein. Aber was ist eigentlich mit dem Hauptgerecht? Das erwähnt keiner der Evangelisten. Ein Passamal ohne Lamm war eigentlich undenkbar. Aber warum berichten sie nicht davon, wie es gegessen wird? Sie aßen es sehr wahrscheinlich, ja. Aber warum berichten sie es nicht? Warum? Denn bei Jesus und den Jüngern war kein Lamm auf dem Tisch, weil das Lamm Gottes am Tisch saß. Jesus sagt uns mit seinem Einsetzungsworten, ich bin der Wahrhaftige, ich bin derjenige, über den Johannes gesprochen hat. Ich bin wirklich das Lamm Gottes, auf die alle bisherigen geopferten Lämmer eigentlich zeigen. Doch es gibt noch einen zweiten Abschnitt aus dem Alten Testament, der genauso relevant ist. Und der lohnt sich auch selbst, ein bisschen länger mal zu lesen. Ich empfehle euch, das ganze Kapitel aus Jesaja 53 mal durchzuarbeiten, durchzulesen. Ich werde hier einige Verse lesen, von 4 bis 7 und dann noch ein paar Abschnitte bis Vers 11. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durch Sport um unsere Vergehen Willen, zerschlagen um unsere Sünden Willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und seine Strieme ist uns Heilung geworden. Wir alle hielten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, doch der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er machte seinen Mund nicht auf. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, durch seine Erkenntnis, jetzt springen wir ein bisschen, durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Am Kreuz nahm Jesus das, was wir verdient hätten, auf sich, unsere ganze Schuld und Sünde. Er starb meinen verdienten Tod. Er nahm die ganze Zerbrochenheit der Welt auf sich, sie fiel auf ihn, und er brachte, das brachte ihn am Ende ums Leben. Er nahm das Gericht auf sich, damit der Todesengel uns herüberziehen kann. Echte Liebe, ja, echte Liebe hat immer etwas mit einem stellvertretenden Opfer zu tun, Liebe, die verändert. Eltern kennen es, machen es Tag ein, Tag aus und zeigen damit, was wahre Liebe ist. Sie bringen Opfer für ihre Kinder, sie nehmen sich zurück und zeigen damit, was Liebe ausmacht. Und Gott bringt jetzt an unserer Stelle dieses fehlerlose Opfer. Gott selbst bringt das Opfer da, er sorgt selbst für unsere Lösung. Es ist ein Geschenk, er nimmt dein meinen Platz aus Liebe ein. Jesus überwindet als Lamm Gottes die Sünde der Welt. Deine meine ultimative Sündenlast trägt er im Kreuz. Er schafft sie weg aus der Welt, aus unserem Leben. Er ist der für uns leidende Messias, dieser Gottesknecht. Und so sagt Jesus zu dir heute, Sohn, Tochter, du musst nicht länger unter deiner Schuld und Sünde leiden. Ich will sie dir abnehmen. Ich habe für dich gelitten. Glaube mir, deine Sünden sind dir vergeben. Korith schreibt es so schön. Sie sagt, wenn dir der Herr deine Sünde abnimmt, siehst du sie niemals wieder. Er wirft sie ins tiefe Meer, vergeben und vergessen. Und ich glaube sogar, dass sie ein Schild darüber anbringt, Fischen verboten. Die Jünger des Johannes hören jetzt hier diese Worte von Johannes über Jesus als Lamm Gottes und wollen ihm nachfolgen. Sie und genau das soll auch in unserem Leben geschehen. Wir sehen Jesus an, wer er ist, wie er ist und wir wollen ihm folgen. Sieh Jesus an. Schau auf das, was er für dich getan hat. Wie dieser Weg zum Kreuz, wie er diesen Weg gegangen ist, für dich aus Liebe. Schau auf Jesus. Und dann muss ich an dieses schöne Lied denken, Turn your eyes upon Jesus. Und das geht es. Ich lese es auf Deutsch kurz vor. Schau vor allem auf Jesus. Sein Blick leitet dich auch bei Nacht. Deine Angst und Sorge verlieren sich in dem Licht seiner Liebe und Macht. Johannes bezeugt Jesus aber auch als den Geistträger, als den Geistestäufer. Geisttäufer. Und das sehen wir in Johannes 1, 32 bis 33. Und Johannes bezeugt und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Herabfahren und er blieb auf ihm und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren, auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Der Evangelist Johannes berichtet uns jetzt in seinem Evangelium nicht über die Taufe und das Atmahl. Also er setzt sie vielmehr voraus, können wir sagen. Doch Johannes der Täufer blickt jetzt hier in diesen kurzen Versen auf die Taufe Jesu zurück und bezeugt rückwirkend wie der Geist Gottes auf Jesus kam. Und vor allem hier betonen wir der Geist auch auf Jesus blieb, auf ihm ruhte. Und weil der Geist auf ihn ruhte, ist Jesus auch der jenige, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Weil Jesus Geist Trigger erst auf uns Nachfolger wurde ausgegossen, nachdem Jesus als Lamm für die Sünden der Welt auch gestorben ist. Und Johannes sieht und bezeugt, wie der Geist auf Jesu herabgefahren ist hier. Und das ist für Johannes hier ein göttliches Zeichen. Dies hatte Gott ihm angekündigt. Denn früher war es so, da blieb Gottes Geist nur für eine bestimmte Zeit, auf bestimmten Menschen, für eine bestimmte 2. Und bereits hier schwingt also mit für Johannes ist Jesus dieser versprochene Retter, der Messias, der jenige, der mit dem Geist taufen wird, weil der Geist auf ihm ruht. Und mit diesem Messias, mit dem Heiligen Geist beginnt diese verheißene Heilszeit, die wir im Alten Testament angekündigt finden. Und ein letztes noch, Jesus wird als Sohn Gottes bezeugt von Johannes. Johannes erzeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also der Geist ruht auf Jesus. In Johannes löst es dieses Bekenntnis aus. Er ist Gottes Sohn. Nach dem Lamm Gottes ist Jesus jetzt auch Sohn Gottes. Angedeutet wurde dieser Gedanke des Sohn Gottes bereits durch das Wort Eingeborener. Johannes 1, 14, 18. Er ist Gottes Sohn. Hier haben wir das erste Mal Johannes der Sohn Gottes. Woher kommt dieser Titel? Psalm 2, 7 und 2. Psalm 7, 14 sind hier zu nennen und zusammen wurden diese auf dem Messias gedeutet und das finden wir schon in den Kumran Stellen, Kumran Schriftrollen. Also dieser Sohn Gottes hat so eine enge Beziehung zum himmlischen Vater wie sonst keiner. Darum geht das. Wir erfahren hier immer mehr, wie eng diese Beziehung ist. so eng, dass man sagen muss Jesus ist Gott. Jesus ist Gott selbst, die zweite Person der Dreieinigkeit. Er hat eine ewige Beziehung als Sohn zu Gott, dem Vater. Und so merken wir, indem Johannes Jesus als Sohn Gottes bekennt, bezeugt ihn auch Messias, das geht hier einher, das geht Hand in Hand. Jesus ist der Wachkönig. Und heute benutzen wir das Wort Zeugnis, so es bedeutet, es jemand anderen von meinem eigenen Glauben zu erzählen. Und wir an der Klostermühle, wir sprechen lieber vom Lebensbericht, daher, dass wir viel mit Schülern und Konfirmanden arbeiten und Zeugnis ist da einfach von der Schule her negativ oft vorbelastet. Aber wenn wir uns anschauen, wie die ersten Nachfolger Zeugnis abgelegt haben über Jesus, dann scheint es hier weniger darum zu gehen, Zeugnis wirklich abzulegen, als wie mehr darum, Jesus als den Gestorbenen und Auferstandenen zu bezeugen. Also das Diskursebekenntnis zusammengefasst sagt es schon ganz gut, Jesus ist mein Herr und König. Er ist König dieser Welt. Und im Zeugnis geben geht es genau darum, jemand anderen zu sagen, dass Jesus der wahre Herr und König ist, dass er Gott ist. Und so sind Bezeugen und Überzeugen gehören hier zusammen, die will ich nicht gegeneinander aufspielen, aber dafür neu werben, dass wir für diese Wirklichkeit des neuen Lebens mit Gott einstehen. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, die souveräne Herrschaft Jesu bezeugen und die Welt einladen, Menschen um uns herum einladen, eine Antwort auf dieses Zeugnis, das Jesus Herr und König ist, zu bewegen. Und wenn man so will, also auch zur Verantwortung ziehen, diese Welt. Denn Jesus ist der wahre König, Jesus ist mein Herr und mein König, mein Gott und er will auch deiner sein. Ja, Gott wird die Welt erneuern, das Reich Gottes kam durch Jesus, durch das Kreuz und seine Auferstehung und trat Jesus seiner Weltherrschaft an. Und durch seine Nachfolge durch uns wird auch sein Reich jetzt ausgebreitet. Er wird durch seinen Geist uns als Zeugen befähigen, um in dieser Welt zu wirken. Und Jesus wird wiederkommen. Wenn diesen Gedanken möchte ich schließen, er wird wiederkommen, um wie im Himmel dann so auf Erden auch als König zu reagieren. Und ich liebe dieses kurze Gebet aus dem Korintherbrief Maranatha, unser Herkommen. Und mit diesem Gedanken, mit diesem Gebet möchte ich zum Ende kommen, mit dieser Sehnsucht danach, dass Jesus endlich wiederkommt und dass ich bereit dafür bin, ich dementsprechend vorbereite und meine Aufgabe darin besteht, in dieser Zwischenzeit als Zeuge für diesen Jesus zu leben und ihn als wahren König und Herrn zu bezeugen. Dazu lade ich ein, dieses Bekenntnis immer wieder zu bejahen und auch auszusprechen im Gebet. Jesus ist Herr, er ist mein König und das muss unser Herz auch immer wieder hören und das dürfen wir aussprechen. Danke, dass du bis hier gehört hast. Ich hoffe, der ein oder andere Gedanke hat dich ermutigt und du konntest etwas mitnehmen. Lass mich gerne wissen, was dir gefallen hat und ja, ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal dabei bist, wenn es weitergeht in dieser Johannes-Reihe. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.